Du hast die Videobox Hauswirtschaftskraft aus dem Übungsangebot Berufsfelder auf dem ersten Arbeitsmarkt gewählt. Hier zeigt dir Katrin ihren Arbeitsplatz als Hauswirtschaftskraft in einem Kindergarten. Sie erledigt viele verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel Wäsche waschen oder das Vorbereiten des Mittagessens. Ich bin die Katrin, vier, drei Jahre alt und mache Hauswirtschaftskraft hier. Ich mache hier nicht nur Hauswirtschaftskraft, sondern ich bin auch sozialer Mensch hier auf der Arbeit und mache auch soziale Sachen mit den Kindern. Ich komme hierher, dann gucke ich, dass die Wäsche angemacht wird. Also ich gehe erstmal in den Raum, wo die Waschmaschine ist, und dann steht da Wäschekorb. Da hole ich die Wäsche raus und mache die in die Waschmaschine und stelle die bestimmte K-Zahl dann an. Wenn ich dann in die Küche gehe, dann gucke ich, ob die Spülmaschine ausgeräumt werden muss. Und wenn die noch dreckig ist, mache ich sie an. Dann gucke ich bei der anderen Spülmaschine, also wir haben zwei, ob da was ansteht und mache da Geschirr weg. Und ja, Biomüll tue ich vorbereiten in so eine Biomülltüte, in so einen Eimer vorbereiten und dann auf Wagen stellen und so Besteckkasten. Die tue ich dann auch auf die Wagen drauf. Und dann helfe ich in der Küche, die Wagen zu bestücken für Mittagessen und so. Und ja, ich gucke zum Beispiel, dass auch hier die Salatbar aufgefüllt wird und der Wärmewagen, wo das Essen reingemacht wird, dass der angemacht ist. Und dass da auch genug Wasser drin ist. Also ich pendle zwischen hier, also in dem Himbisraum und in der Küche. Mir macht Freude, dass ich so nicht nur eine Arbeit mache, sondern verschiedene Arbeiten, also dass ich überall mal bin. Also wenn ich auf die Arbeit komme, weiß ich, dass mir die Arbeit halt auch Spaß macht mit allen hier im Haus. Und für mich bedeutet Inklusion, dass ich zur Gesellschaft gehöre, also dass Behinderte und Nichtbehinderte mehr zusammenkommen. Das würde ich schön finden. Und ja, ich bin hier glücklicher, also süßig auch. Ich fühle mich nicht so gedrängt, also traurig oder sowas, eher mehr fröhlich. Ihr da draußen könnt euch auch trauen, so einen Weg zu gehen. Ihr werdet merken, dass der Weg schön ist. Zusammenfassung Das war die Videobox Hauswirtschaftskraft.